Gestern habe ich es erst wieder auf WhatsApp gelesen. Viele von euch haben Angst vor einem Atomunfall im belgischen Atomkraftwerk Tionge. Es ist wegen zahlreicher Störfälle regelmäßig in den Schlagzeilen und tatsächlich Risikoanalysen zeigen. Im Worst Case würde die Radioaktivität in Richtung Deutschland verbreitet, die Städteregion Aachen würde bei einem Reaktorunglück unbewohnbar und auch das Ruhrgebiet Köln und Düsseldorf würden verstrahlt. Also, was würde ein Unfall im Atomkraftwerk Tionge bedeuten? Gibt es Möglichkeiten sich vor der gefährlichen Radioaktivität zu schützen? Und was muss noch passieren, damit sich Belgien von der Atomkraft verabschiedet? Jetzt in Clixoom Science & Fiction. Herzlich Willkommen! Nicht nur die meisten Expertinnen und auch PolitikerInnen, Behörden, Städte und Gemeinden sehen das belgische Atomkraftwerk Tionge als großes Risiko. Tionge liegt in der Nähe von Lüttich und ist nur etwa 70 Kilometer von Aachen mit seinen knapp 250.000 Einwohnern entfernt. Düsseldorf und Köln sind etwa 130 Kilometer weit weg. Tionge ist eigentlich ein unscheinbarer Kasten mit drei Druckwasserreaktoren, gebaut Ende der 60er Jahre. Der erste Block ist seit 1975 in Betrieb. Doch die Sicherheitssysteme sind überholt. Immer wieder kommt es zu größeren Störfällen, und zwar zu größeren, nach denen der Reaktor für einige Zeit vom Netz genommen werden muss. 2002 kam es zur bislang schlimmsten Störung. Ein Ventil stand einige Zeit offen, der Druck fiel ab und das Kühlwasser verdampfte. Das ist ziemlich schlimm. Eine Kernschmelze wurde durch die Sicherheitssysteme verhindert. Der Protest gegen Tionge wird immer größer. Mittlerweile gibt es sogar Klagen gegen das Kernkraft. Einzig und allein Belgien selbst hält daran fest. Die Atomaufsicht des Landes hält die Reaktorblöcke für sicher. Dabei ist der Druckbehälter mit rund Achtung 3.200 Rissen übersät. Wie bitte? No risk, no fun oder was? Nur wird es alles andere als fun werden. Es ist einfach komplett bescheuert, wie die Menschen offenen Auges die Leben von Millionen anderer Menschen in Gefahr bringen. Das erinnert etwas an Fukushima. Schlimm. Die Stadt Aachen sorgt lieber vor als nach. Wir hatten darüber berichtet. Die Behörden hatten im vergangenen Jahr Jod-Tabletten verteilt, die verhindern sollen, dass die Schilddrüse radioaktives Jod aufnimmt. Eine wirklich krasse Aktion, die es bundesweit bisher nur in Ausnahmefällen und nur in sehr begrenzten Regionen gab. Und in Aachen ist es sehr ernst. Zitat. Je nachdem, wie das genaue Szenario aussieht, haben wir ganz große Zweifel, dass wir es schaffen, Jod-Tabletten rechtzeitig zu verteilen. Das sagt der verantwortliche Koordinator Markus Kremer. Damit meint er verschiedene Faktoren, die das Horrorszenario Atomunfall maßgeblich beeinflussen. Wann passiert der Unfall? Nachts oder Tagsüber? Wie ist das Wetter? Gibt es starken Wind? Und regnet es? Und damit im Worst Case nicht auch noch schnell und in Panik Ausgabestellen für Jod-Tabletten eingerichtet werden müssen, sorgt man in Aachen lieber vor. Und zwar nach der Empfehlung der Strahlenschutzkommission, denn die empfiehlt für Gebiete der Außenzone für den Fall der Freisetzung radioaktiven Jods infolge eines schweren Reaktorunfalls die Verteilung von Jod-Tabletten. Die Kosten für die ganze Aktion übernimmt übrigens das Land Nordrhein-Westfalen, das will schon echt etwas heißen. Eingenommen werden sollen die Tabletten aber nicht vorsorglich, sondern erst, wenn die Katastrophenschutzbehörde dazu auffordert, das alles sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, heißt es in einer offiziellen Broschüre der Stadt. Trotzdem sagt das schon echt viel aus, wenn die Politik und die Verwaltung so eine Maßnahme für nötig hält. Wir haben hier ja schon öfter über Atomanfälle berichtet, doch welche fatalen Konsequenzen hätte ein Unfall im Atomkraftwerk Thionge? Das liegt nämlich ziemlich ungünstig. Expertinnen und Experten haben genau das in Risikoanalysen untersucht. Der Auftrag an das Institut für Sicherheits- und Reaktorwissenschaften in Wien kam von der Städteregion Aachen selbst und die Ergebnisse sind katastrophal und angsteinflößend zugleich. In der Untersuchung analysierte das Forschungsteam vor allem tausende Wetterdaten, um zu sehen, in welchem Ausmaß und in welche Richtung die gefährlich radioaktive Strahlung gelangen würde. Fest steht, falls die Hülle von Thionge II birst, könnte dies einen Unfall in der Größenordnung von Fukushima bedeuten und das Risiko ist gegeben. Dazu der beteiligte Kernkraft-Experte Wolfgang Renneberg. Bis auf die Hälfte seiner Dicke ist ein Reaktordruckbehälter mit Rissen durchzogen. Das ist ein Sicherheitsrisiko, das man nicht dulden kann. Explosionen und Feuer würden das Ganze verschlimmern und die Radioaktivität massiv erhöhen. Wenn solch ein Unfall passieren würde, könnte es sein, dass ganz Aachen unbewohnbar würde. Das Forschungsteam berechnet dazu ein Risiko von Achtung 10 Prozent. Die radioaktive Belastung der Stadt sei dann vergleichbar mit der in der 20 Kilometer Sperrzone um Fukushima, so Renneberg. Falls eine extrem ungünstige Wetterlage herrscht, mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht die radioaktive Strahlung bei einem Unfall aber das 25-fache der Belastung, die ein Mensch durchschnittlich pro Jahr aushalten muss. Auch bei diesem Wert müsse die Region evakuiert werden, so das Studienteam. Auch andere Teile von Nordrhein-Westfalen, wie etwa das Ruhrgebiet mit seinen 5 Millionen Einwohnern, könnten der Studie zufolge verstrahlt werden, ebenso wie Düsseldorf und Köln am Rhein. Insgesamt wohnen in dieser Region 10 Millionen Menschen. Hinzu kommt, die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Ländern, Deutschland, Belgien und den Niederlanden, das ist alles andere als optimal, das haben niederländische Sicherheitsexpertinnen und Experten festgestellt. Sie warnen davor, dass wohl alle Länder ihr eigenes Ding machen würden. Katastrophenpläne müssten eigentlich besser abgestimmt werden und Bürger besser informiert werden. Und als sei das nicht alles schon tragisch genug, auch finanziell gäbe solch eine Atomkatastrophe gigantische Schäden. Zwar gibt es fünf internationale Abkommen, die die Haftung in solchen Fällen übernehmen. Zitat, das Problem dabei ist nur, dass die zu erwarteten Kosten um ein Vielfaches höher sein werden, als die in den Abkommen festgelegten Haftungssummen und Deckungsvorsorge-Summen. Das sagt die Wissenschaftlerin Lena Reuster. Zur Erklärung. Ein Super-GAU, also ein riesiger Atomunfall, würde wohl Kosten im dreistelligen Milliarden-Bereich verursachen. Dreistellig. Die Haftungsgrenzen der Betreiber liegen dagegen eher im dreistelligen Millionen-Bereich. Die Obergrenze, für die die AKW-Betreiber in den meisten EU-Staaten haften müssen, liegt unter einer Milliarde. In Belgien und den Niederlanden sind es immerhin 1,2 Milliarden Euro. Es gibt Rechnungen, nach denen die Geschädigten bei einem Unfall in Tihange wohl nur ein Prozent ihres Schadens ersetzt bekommen würden. Anspruch gegenüber dem deutschen Staat besteht gar nicht. Klar ist jedenfalls nicht nur die Behörden, sondern vor allem die Aachener Bürger sind mehr als verunsichert. Immer wieder mal gibt es Katastrophenübungen gegen die drohende atomare Verseuchung. Viele halten die Verteilung der Jodtabletten als noch nicht ausreichend. Auch Schutzkleidung gegen den radioaktiven Staub sei wichtig. Die Aachener fordern, dass Tihange abgeschaltet wird, denn nur das sei ein effektiver Schutz für die Bevölkerung. Doch bisher ohne Erfolg ihr Problem wird nicht kleiner, denn der Atomausstieg Belgiens ist extrem unwahrscheinlich. Eigentlich hatte man sich schon 2011 darauf verständigt, bis 2015 den Atomausstieg zu schaffen. Doch das Land ist abhängig von der Atomenergie wie kaum ein anderes Land in der EU. Ohne sie droht Stromknappheit. Die Risikoanalyse aus Wien jedenfalls zeigt noch einmal deutlich das große Sicherheitsrisiko, das von Tihange ausgeht. Der weitere Betrieb sei nun mit solch einem seriösen Nachweis, dass auch die Region betroffen sei, noch weniger hinnehmbar, so Helmut Etchenberg, Chef der Aachener Städteregion. Anfang 2016 hatte die Stadtregion Aachen geklagt und einen sogenannten Nichtigkeitsantrag vor dem Staatsrat eingereicht. Es richtete sich gegen das erneute Hochfahren des Reaktor Blocks 2. Sowohl die Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und auch über 100 Kommunen aus Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg waren beigetreten. Seit rund einem Jahr wird jetzt vor dem Gericht der ersten Instanz in Brüssel geklagt. Hier wird die Stilllegung des Kernkraftwerkes Tihange 2 gefordert. Die Begründung die persönliche Betroffenheit im Falle eines schweren Atomunfalles. Wenn ihr als Erste Neues zu Tihange und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video eben vorab und das garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Clixo mitmachen und mir Themen vorschlagen oder andere Vorschläge machen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der, genau, der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken, Aachener bereiten sich auf Atomunfall vor. Ansonsten bis dann, bleibt dran!